Ah Gott, ich bin voll im Kampf, was ihr da für Zeit habt, bei Skins und... Ich bin Bastion, ich ruhe hier auf dem Halo und ich kann... Ich bin tot. Das ist total großartig, dass du da so... Team Valhalla! Valhalla! Team Valhalla! Mystery Heroes. Äh, Mystery Heroes. Ist egal, was du auswählst. Ja. Ja, da ist auch einer am Fragen. Was bin ich denn? Oh! Die Vögelchen auf dem Arum. So, ich mache alle fertig hier. Es geht los! Mein Spielsound ist ultra leise, ne? Ich weiß gar nicht. Sie hat da eine... Ah! Huch, Entschuldigung. Da stand gerade voll, äh... Ne Dings neben mir. Und hat mich direkt getötet. Oh, jetzt bin ich, äh, Snatcher. 3 Lucius. Das ist ja auch doof. 3 Lucius. So, 2 sind tot. Irgendwo ist noch Sombra. Ja, die rennt hier immer noch rum und heilt sich zwischendurch immer. Jetzt ist sie tot, glaube ich. Ja. Ah, wir können da mal reingehen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Du gibst ihm auch rein. Du gibst ihm auch rein. Du kannst ja auch rein. Das ist ja schön. Aua! Ah, ich bin echt tot. Wow, ich lebe immer noch als Bastion. Gute Sache. Darf ich eigentlich nicht zu laut sagen, dann probiert immer, was stimmt. Ich bleib jetzt einfach hier auf dem Payload sitzen. Ui, Schwein hab ich. Oh, den Skin mag ich total, den du da hast. Ah, Gott. Ich bin voll im Kampf, was ihr da für Zeit habt, weil wir Skins und... Ich bin Bastion, ich ruhe hier auf dem Payload. Ich bin tot. Das ist total großartig, dass du da so... Team Valhalla! Team Valhalla! Ist das ein Reinhard hinterher unten? Ja, vielleicht nicht mehr. Ich hab den dort gemacht, hu hu. Ich fühl mich toll als Dings. Oh, ich könnte ein Portal aufbauen. Aua! Der Schwein ist fast da, da hinten. Ich hab da ein Ulti, warum höch ich den denn nicht? Mit meinem Turm ist auch auch fast nicht gut. Ja, ich hab das total leise gehabt, leider. Ich hab's deswegen... Aua, ich bin tot. Ich weiß nicht, wie ich's denn krieg, aber ich leb immer noch als Vestion. Ich weiß nicht, wie ich's mach. Oh, ich bin Zenyatta. Jetzt muss ich hier weg. Den spiel ich übrigens auch endlich mal wieder gerne, ne? Wen? Zenyatta? Zenyatta, ja. Den hab ich ja früher auch mal kurzzeitig gespielt. Das ist cool. Aber ich hab den halt total verpeilt, irgendwann mal wieder zu spielen. So mit der Zeit. Meine Güte. Das ist schon immer ein Durchmarsch hier. Huch, was macht denn der hier? Ah, da ist immer noch ein Loser, ich dachte... Ja, der Loser, jetzt ist er tot. Jetzt kommen ganz viele aus ihrem Loch raus. Der ist schön. Oh Gott, hast du's durchgestanden als Vestion? Wie geil! Wie? Ich weiß auch nicht, wie. Ist ja sehr, sehr nice. Wir sind alle on fire, ja? Wahnsinn. Äh? Krash? Ja. Cool. Das ist schon sehr geil. 15 Players Killstreak, ja? Au. Mann, 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 Mann. Oh, 20 hab ich sogar. Best Killstreak 2. Oh, jei, jei. Epic. It's nice to be appreciated. Wer ist schon im Angriff? Ja? Funktioniert ja. Wegegehende? Ja. 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 Vielen Dank.